Arne, Arne, Fokus. Wollen Sie passieren, Sektor G. Jetzt kannst du hier erstmal loopen. Eine ist genug recht. Hier die zwei Wachenkisten kannst du. Oh. Oh shit, da ist was drinne. Na, AK. Ja, nö, billiger. Oh, hier ist auch noch eine drinne. Glaube ich. Na, da, die nehm ich lieber. Du bist rausgegangen, ne? Ja, das Deck hier ab. Ich komm raus. Durch die Tür! What the fuck! Was? Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin ein Hacker. Nein! 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 Vielleicht war es auch Legend und der hatte einfach Glück und hat uns zwei One-Clicker durch die Kopf-Augen. Ey, wir sind beide... Wir sind beide zur gleichen Sekunde durch ein Headshot-Kopf-Auge gestorben. In der gleichen Sekunde. läuft. In der gleichen Raid-Sekunde. Ich hab den Typ getötet, den Headshot-Kopf! Nice! 1,33, lol! Wenigstens ein erfolgreiches Erlebnis. Ja, tötet. Ja, weil die halt dann auch meistens halt komplett durchgekriegt, ausgequippt sind. Die gehen richtig dick rein. Der lässt er ja dann immer noch, was weiß nicht, was alles liegen. Ja, weil du gar nicht so viel mitnehmen kannst. Das ist schon krank. Der nimmt doch gar nicht mehr Waffen mit. Der nimmt große... Es ist schon jemand... Kann jetzt sein, dass hier einer im Raum drin ist quasi. Ich mach die Tür mal zu. Jo. Erfahrung hat zwar gezeigt, das hilft nicht so viel, aber es ist egal. So, ich mach dir grad mal den Raum wieder auf. Und hier brauchst du die blaue für, oder was? Die violette. Trotz glaub. Keine Ahnung, 6 Millionen oder so. Ja! Okay, bin tot. Ich auch. Echt, jetzt? Einfach durch die Wand gekillt worden. Jo. Alter, was? Ja, okay, Alter. Alter. Ja, es ist halt traurig, wie ich es gesagt habe. Ich glaub, du kannst es halt echt vergessen. PandaTV. Ja, okay. Also, ich war noch in dem Raum ganz hinten in der Ecke. Mich hat der auch safe durch eine Wand getötet. So aus Versehen wahrscheinlich mit seinem Trigger. Glaube ich auch. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, okay.